jetzt bin ich mal gespannt erste runde okay wo wollen wir denn hin oh mein gott man kann ja von oben gucken da rum springt ne wer sind die anderen leute die hier rum springen ach das sind auch noch ubisoft leute wahrscheinlich ja hier guck siehst du die map ach da ist die map tatsache jetzt kann man nicht spannend wie groß die ist muss man jetzt wählen sie können auch nicht glaube man kann markieren wo man hinfliegt also ja ja gehen wir nicht hier keine ahnung was das ist aber wenn wir rausfinden wir kommen oder ob das frei wird man einfach springen muss oder ob man von oben abgeschmissen aber wir werden abgeschmissen aus dem port ja genau und man kann sogar mit weh boosten let's go zwei kamera wir gehen ja alle einzeln ja fancy mucke auf jeden fall ja wahrscheinlich sind die anderen in der lobby drin deswegen ich glaube wenn man immer mal wieder weh drückt okay verstehe und jetzt ist mal da okay was ist das hier alles alles aufnehmen die fenster kann man auch zerstören ok oh hier ist eine kiste hier ist eine mine hier ist ein riot one warte mal war es nicht der revolver ich bin mir mal die waffe was du brauchst dass diese energie waffe die macht was markiert war ja schon sektor aber wir müssen raus wir müssen weg wir müssen nicht so ne unser sektor löst sich schon auf und dann kriegen wir schaden oder ja ja alles cool gemacht auf jeden fall mit dem oh hier ist ein jump head oh unser mate ist down die müssen da aber noch rein ich habe keine money die müssen hier gleich rein ich höre hier steps hier drüben über uns ja oh ja ich sehs ich hab den da mal runter geschossen bin aber ziemlich laut ja ich komm hoch weil ich hab keine waffe mehr hier ist noch ein cool down accelerator event is about to start ok cool down an accelerant i don't know ich komm mal zu dir ich höre hier ganz viele steps neben uns ne ja oh hier ist eine panzerung die kommen zu uns die kommen zu uns ja und jo nice down 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 nice hier echt oh nice ja sehr cool sehr cool ich bin voll ich glaube die panzerung hat mir volles leben gegeben oder so ich habe es nicht ganz verstanden oder der typ hat mich gerade gehalten der kollege oh hier ist einer oh noch mehr noch einer oh scheiße der hat eine wand aufgestellt ich habe keine money ich komm mit hoch der ist da drin der ist dead der ist dead nice ich hab zwei ich hab zwei ich hab zwei ich geh rüber wo müssen wir hin ah ja müssen rüber was ist das hier offenbarung keine ahnung was es ist warte mal wir müssen unseren tüten oder müssen wir den holen eigentlich äh wir sollten ganz schnell hier raus let's restore weil die saun ist ziemlich im arsch jetzt ok wo müssen wir hin äh ich hab markiert blau warte mal habe ich ihn jetzt nicht bekommen ähm gute frage ich glaube ich habe ihn nicht bekommen nein fuck ja wir müssen leider in die saun ja ich bin ne sind wir drin ja da warten schon welche das ein das ein Gegner ich hab markiert ok ok der verfolgt uns aber der kann uns ja schau er sagt und stell mich wieder her da vorne oben drauf wo wo auf diesem lila ding ok gehen wir da hin oder was ja ich push nochmal rein da sind aber auf jeden fall Gegner müssen wir aufpassen der wachst du auf mich weil der kann ja nichts machen ja ich habe eine etage unter euch einer ist hier ich hole mir den muss nach was einen down nice ich brauche einen muni hier hier noch einer äh noch einer down nice weapon hier ich bin das mal hier uh shotgun warte da kommt so ein großer ball der ist über uns ah ich kann meinen mal hier holen erneuern guck das ist hier nice 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 ok der ist da wo sind die anderen einen hab ich eben hier gesehen irgendwo sind die über uns ja ja die sind eben über uns oder unter uns hinter mir über uns über uns oder ne ich glaub das sind im Haus im haus unter uns oder so irgendjemand hat grad geschossen wir müssen auf jeden fall ne wir sind hier noch safe hier ist noch gut die sind unter uns hier wir haben nur guck da kommt was nicht hoch wow Rapper holy shit der ist ziemlicher Marsch und 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 ja hast du gehts bei dir alles gut nein der fang scheiße nein ich muss los hier oben ist einer der ist hier ja bei mir ist jemand drin wo bist du denn ich habe lauter mates hier kann er mich nicht hier zu restauren warte 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 wo bist du da hinten hier ist ein gegner die bist du und gerade die bist du und gerade sehen die mich jetzt eigentlich oh hier hier bin ich aber da sind ja viele ich habe einen geholt glaube ich hier bin ich nicht hier bin ich nicht hier bin ich nicht hier sind ganz viele Ja, ich bin der Einzige. Alter, mit der Shot dran ist gar nicht so einfach. Holy Shit. Ich kann so grad wegzukommen. Achso, weil hier unten bin ich jetzt in einem safen Restore-Diskuss. Ja, der ist hinter mir. Der ist noch hinter mir. Oh, nice. Abzieh! Oh mein Gott! Holy Shit! Okay, warte, ich kann hier wieder beleben. Oder so? Ah, okay, okay. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hole dich. Nice, 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 nice. Oben sind Waffen, ne? So, das ist Echo. Ich hole den anderen Typen, einen Kollegen hier. Ich komm mit dir. Ich hole ihn. Wir müssen dann gleich los. Okay. Oh Shit, wir müssen da hin. Alter, wir müssen richtig los jetzt. Oh Shit, okay komm. Ich glaub hinter uns kommt noch was. Oh, hier nehmen wir uns was. Lauf einfach durch, weiter. Einfach weiter laufen. Wir müssen durch. Ohhhh. Ja, ich weiß nicht wo ich lang. An der Wand, hier in meine Richtung. Ja, hinter mir kommt was. Ja, ja, alles gut. Da kommen mehrere. Nein, das hat das Ding kaputt gemacht. Okay, und hier sind welche? Vor mir ist einer. Kann man ja rein? Oh Shit, lol. Er hat mich weggesprengt. Ja, das Ding ist... Das ist zu krass. Oh Leute, ich werde vielleicht geholt. Pass auf, da sind zwei Leute drin. Zwei Leute sind da. Pass auf, der mit dem Granatenwerfer. Oh Shit. Schade, ja. Aber Granatenwerfer ist zu krass. Der Granatenwerfer ist zu heavy, ja. Zu krass. Aber nice game, ja. Guck mal, 4, 4, 0. Meine Schammerle. Or leben mich Jagens. Deine generated production my love. Der Radulofer ist auf die Mitte. So Bolte wird mit Handlos gefangen zu hamaster. Es ist verdammt nuts und eine Paar dazu. Bill Kelow Tom prices ist ein varias Fahrgolstraf. imoiger wird der suburbaner Schritt auch spins六. Ganeszavwitz. Alles Laura angeoken.